ARD Text im Auftrag von SWISS TXT Die Steuerung, warum ist es keine BSD-Steuerung? Really? Q? Nee, Q auch nicht. E? Z? Ich muss mich erst mal rein abhalten. Die Steuerung. Disturbing. A? Nee, Q? Und er muss jetzt da wahrscheinlich hin, oder? Und dann E. What? A? 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 Ale ich habe keine Ahnung... Was ich da mal machen soll? A? 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 Das ist ne Idee-Horrorspielchen. So viel haben wir schon mal rausgeputzt. Shoot, ich sag. Oh. Reload. What the hell? What? Jesus. Oh, oh no. Ich bin schon mal tot. Was ist das? Das ist ein Spiel, Leute. Das ist die Game. Das ist das ganze Spiel. Attack at the Haunted Lighthouse. Unbelievable. Es ist nicht einfach. Es ist wirklich nicht einfach. Hier irgendwas zu machen, ne? Man, no. Oh. Das ist 27. Highscore. Ist das unbelievable? Komm ich jetzt da. Ich kann auch nicht rausgehen oder so, ne? Ich kann ja gar nichts tun hier. In diesem Attack at the Dingsbums da. Und Schiss. Wie hat das so komisch geleuchtet? Und hier komm ich nicht raus. Ein sehr merkwürdiges Spiel. Muss man da irgendwie einen Heißkorb machen oder so? Gerade die Steuerung ist auch sehr, sehr crazy. Es ist sehr mysteriös. Warten wir. Den haben wir abgebankt. Oh, no. 32. Aber jetzt hab ich einen Trick rausgefunden. Jetzt hab ich einen Trick. I got it, I got it. Man muss ja nur nah genug rankommen lassen. Und dann hat man's, ne? Und dann we got it. Es sind ja noch drei, ne? Really? Jetzt machen wir so gut. Es sind genau sechs Stück, ne? Es sind genau sechs Stück. Aber das Fadenkreuz ist halt so crazy. Das ist unbelievable. No chance. Ja, aber Freunde, ihr könnt euch das gerne selber mal runterladen und selber mal probieren. Wir bedanken uns für euch fürs Zusehen. Würden uns freuen. Wenn ihr wieder reinschalten würdet, sofort zum Rostigal. Also ziemlich verrücktes Spiel. Und ziemlich schwer. Gerade weil der vorletzte den hier... Da langt ein Schuss anscheinend doch nicht. I don't know. Aber wie gesagt, ihr findet alles in der Videobeschreibung. Bewertet das Video, dann macht ihr die Glocke, aktiviert die Glocke. Und wenn ihr jetzt gerne ein Abo habt, Köpfchen drücken, press the head button to subscribe. Ansonsten genießt das Leben. Habt Spaß. Pass auf mich auf. Übertreibt's denn. Bleibt gesund. Stay healthy. Und bis die Tage dann, ne? Wir sagen's, Euer Roasty Man. Thank you. Goodbye. Goodnight. Bis zum nächsten Mal.